Ja, ich denke, als Sieger kann man nur zufrieden sein. Ich habe auf die Schanze einen guten Sprung zeigen können. Das Rennen verlief eigentlich auch ganz gut. Der Yamamoto Go und ich haben uns gut abwechseln können und am Schluss hatte ich dann einfach wahrscheinlich noch ein paar mehr Kerner. Was hast du dir vor morgen vorgenommen? Ja, einen ähnlich guten Sprung machen auf der Schanze und dann muss man immer schauen, wie es sich da gibt am Springen. Ja, der Sprung war passabel, geht noch besser, aber der Lauf war heute sehr gut. Hat mir einen Tag wieder einmal gutes Rennen und sage einmal, gut in die Saison gestartet. Das ist es. 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 Das ist es.